Christoph Torbele, auch in der Regierung, hat die ITE auch ein Regierungsprogramm präsentiert. Bei der Bildung steht unter anderem der Bau eines neuen Kollegiums hier zur Seite für Plan. Was steht jetzt hier als nächstes auf der Tagesordnung? Also das neue Kollegium, das ist natürlich eine sehr lange Planung und wir sollen einfach 2022, 2023 bereit sein, weil diese Sache ist wirklich ein Zwang und es ist einfach sehr kurzer Fahrplan für so ein grosses Projekt. In welchem finanziellen Rahmen wird sich denn dieses Projekt bewegen? Also das Kollegium kostet heutzutage also schätzungsweise 80 Millionen Schweizer Franken. Ihr habt euch ein anderes Problem angesprochen, den Übergang zwischen der obligatorischen Schulzeit und der Berufswahl oder dem Gymnasialerweg. Wie wollt ihr das verbessern? Also das Wallis hat wirklich unterschiedlich viele Leute, die einfach eine Ausbildung haben. Also sagen wir Fähigkeitssignisse. Und das sollen wir einfach unbedingt verbessern, weil sonst sind das wirklich Gäste für Sozialhilfe, das Leben lang und das darf nicht sein. Das Ziel ist 95% der Leute in der Schweiz, also im Wallis mit einer Ausbildung der Sekundarstufe 2. Und das heisst, wir sollen uns wesentlich verbessern und das heisst, der ganze Obergang soll verbessert werden. Wir sollen einfach die Leute, und da gibt es ein Programm, das die T1-Plattform heisst, wo man einfach die Leute Ende der obligatorischen Schule identifizieren und nachher schauen kann. Wenn diese Person keine Lösung hat, dann sucht man von Fall zu Fall eine Lösung, dass die Leute einfach in einer Berufsbildung zum Beispiel einsteigen können. Was euch ganz besonders aufgefallen ist, dass ihr als Einheit alle zusammen aufgetreten seid. Denkt ihr das als Show bezeichnen? Nein, nicht. Also das ist die Realität und das wäre nicht authentisch, wenn das nicht die Realität entsprechen würde. Wir haben einfach ein sehr gutes Einvernehmen in der Regierung, wir arbeiten zusammen, wir ziehen wirklich in der gleichen und gemeinsamen Richtung und das macht wirklich sehr viel Sinn. Also da darf nicht jeder in seinem Bereich denken, man tut einfach interdisziplinär alle zusammen die Probleme anpacken und das macht sehr viel Sinn. Ich meine, das hat auch die Walliser Bevölkerung so erwartet, dass man einfach zusammen arbeiten kann und das ist auch die Realität. Mit Harmonie ist man die Gewände am besten. Die kommenden Herausforderungen, was Dinge dir als die geringste Herausforderung in der Zukunft in allen Departamenten beschreiben? Also für mich die grösste Herausforderung ist einfach dafür zu sorgen, dass die Wirtschaftsentwicklung sich gut präsentiert und einfach gute Wirtschaftspolitik ist eigentlich am Schluss die beste Sozialpolitik, weil die Leute haben einen Job, eine Perspektive und da meinte ich, das ist die grösste Herausforderung. Wir sind in Sachen Wettbewerbsfähigkeit nicht super positioniert, es gibt Verbesserungen und das Potenzial ist noch gross.